So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich wieder mal etabliere eine Geräteverbindung in der Nähe von Camp Cuddle. Was ist das andere? Und de Jonassys, ihr seht's, da fliege ich gerade hin zu Camp Cuddle? Cuddle? Cuddle, ja. Ich sag ja Cuddle, dieses Wort Cuddle. Wer kam da drauf? Wie gesagt, wie immer dieselbe Markierung, sind wahrscheinlich wieder drei Holos, sucht euch eins aus. Ihr seht schon, einer fliegt glaube ich mit. Jetzt landet er natürlich genau da, wo ich landen will. Oder geht er weiter runter? Da ist noch einer dabei. Wie gesagt, wir müssen erstmal die Informationen holen und dann die nächste Aufgabe halt logischerweise erledigen. Die zwei kloppen sich da um den einen. Dann gehe ich nämlich da hin. Ja, ihr seht es schon hier auf dem Berg. Dann wollen wir uns da nämlich die nächste gucken, was wir machen müssen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon wieder im nächsten Video. Wie gesagt, fliegt einfach hier auf dem Berg, falls ihr vorne mehr seht. Einfach hier hingehen, einfach durch und die Reise geht weiter. Du bist also der Assistent, den der Ursprung am liebsten mitnimmt, hm? Ich bin's, die imaginierte. Wie du mich nennst, ist mir eigentlich egal. Ich bin eine der sieben. Also sind wir ein Team. Also musst du mir helfen. Ich muss gar nichts. Ich muss diesen Datenempfänger hochfahren. Bring das für mich zum Laufen, okay? Ach, wir müssen also einen Datenempfänger zum Laufen bringen. Also in dem Sinne, gern Like da lassen, gern Abo da lassen und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Aufgabe und haut rein.